Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute werde ich wieder Outfits bewerten und ja, auf jeden Fall habe ich mir wieder 10 Names rausgesucht, von denen ich die Outfits bewerten werde. Und ja genau, auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt mal mit der ersten an. Und zwar heißt die erste Vivi-Bla-Bla-Bla Und ja genau, auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, was sie für Outfits hat und wie viele. Sie hat auf jeden Fall 24 Stück, dann gucken wir mal. Also das ist gerade, was sie anhat. Und ähm, also ich glaube, sie hat keine Roblox, aber dafür, dass sie keine Roblox hat, finde ich das Outfit sogar mega nice. Also mega cool. Ähm, das hat, das finde ich auch richtig nice. Also hier dieses T-Shirt, Merry Christmas, ist für einen, ähm, der halt keine Roblox hat, richtig schönes Oberteil, finde ich. Oder das hat, das finde ich auch mega schön, dieses Oberteil und so. Ähm, ja genau, auf jeden Fall machst du coole Skins, finde ich, dafür, dass man keine Roblox hat. Und ja, genau, finde ich auf jeden Fall, alles sind sehr, sehr coole Outfits. Deswegen, ja genau, würde ich sagen, geben wir jetzt auch direkt mal wieder die nächste ein. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall, saftige Schlange. Äh, ja genau, dann gucken wir jetzt mal. So, okay, hier ist auf jeden Fall jetzt die nächste. Und ja, genau, dann gucken wir uns jetzt mal das Outfit hier an. Ähm, ich finde das mega, mega hübsch. Also das ist ein sehr schönes Outfit, finde ich, hier. Mit diesen, ähm, ja, mit diesen Cookies hier auch. Ein richtig cooles Outfit, finde ich. Oder das da, das ist auch wieder ein mega schönes Outfit hier. Mega, mega schön. Oder das da, das finde ich auch wieder richtig hübsch. Also, deine Outfits sind auch mega nice. Oder hier das so pink ein bisschen mit diesen, äh, ja, mit diesen Flamingo-Reifen. Oder das da, das finde ich auch wieder richtig hübsch. Also, mega schöne Outfits machst du hier auch. Also, das da ist auch richtig cool. Ähm, ja genau, hier hinten hast du sogar noch so ein paar alte Outfits. Auch mega geil. Äh, ja genau, mein Lieblingses ist, glaube ich, das hier. Das ist richtig cool für Weihnachten und so. Finde ich mega nice. Oder das da, das finde ich auch richtig geil. Von diesen Haaren her auch. Also, das ist mega cool. Und, ja genau, ich feiere auf jeden Fall alle deine Outfits. Und ich würde sagen, wir geben jetzt mal wieder die nächste ein. Also, keine Ahnung, ob das oder die nächste halt jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Deswegen, ja, also, die heißt jetzt, ähm, JSN, by the way, unterstrich Lull. Und, ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Junge. Dann gucken wir jetzt mal. So, okay, hier ist auf jeden Fall jetzt sein geradiges Outfit, was er anhat. Also, ich finde das Outfit nice mit diesen Haaren hier auf jeden Fall. Und diesen roten Hörnanteilen da. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, ich würde nun ein anderes Face auf jeden Fall machen. Und, ja, vielleicht auch noch das da weg, weil das sieht irgendwie komisch aus. Man hat irgendwie keine Nase, aber dann darfst du so ein Piercing. Deswegen würde ich dann auch einfach ein anderes Gesicht kaufen. Aber ansonsten finde ich es cool. Oder das ist auch mega nice. Nur, ich würde noch eine Hose holen. Das ist cool mit dem Schmetterling und damit, das passt gut. Ich würde jetzt nur noch eine schwarze Hose kaufen und wieder ein anderes Gesicht. Das finde ich auf jeden Fall ein cooles Gesicht. Also, das sieht besser aus. Das würde ich dann einfach anziehen. Und, ja, genau. Ansonsten finde ich dann auch jetzt auf jeden Fall auch alle mega nice. Also, das ist auch mega cool. Und, ja, genau. Finde ich auf jeden Fall alles mega nice für Outfits. Gefallen mir alle sehr gut. Ich würde halt einfach nur noch das Gesicht ändern, wie gesagt. Und, ja, genau. Ich würde sagen, geben wir jetzt auch direkt mal wieder die nächste ein. Jetzt heißt hier ja der Nächste. JojoCraftHP-OMG-OMG. Dann gucken wir jetzt mal. Hier ist sie auf jeden Fall. Und sie hat 46 Outfits. Und sie ist ein Softie. Das ist ein cooles Outfit. Ich mag das. Also, das sieht nice aus. Das da finde ich auch mega nice. Nur, ich würde eher braune Haare, glaube ich, eher machen. Weil das würde mir passen. Und ich würde da noch irgendwas mit dem Kopf machen. Äh, denn das da finde ich mega nice. So ein High-Outfit. Das ist richtig schön. Und das hier finde ich auch mega nice. Also, du hast auf jeden Fall richtig, richtig coole Outfits. Hier auch mit diesem Weihnachten da. Und hier, das hattest du wahrscheinlich an Halloween oder so an. Finde ich auch ein mega geiles Outfit hier. Mit diesen ganzen lila Teilen da. Also, mega schön. Oder das, das finde ich auch richtig schön. Aber ansonsten finde ich deine Outfits auf jeden Fall alle mega, mega, mega nice. Und, ja, genau. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt auch direkt mal via die nächste ein. So. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall King Cake 5678. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt wieder ein Junge. Ähm, ich finde das Outfit nice. Also, das sieht cool aus. Ja, genau. Ich würde nur noch den Wangenkopf, glaube ich, kaufen. Äh, ja, ansonsten gut. Oder das, dann würde ich einfach noch, äh, den Wangenkopf auch kaufen. Und eher eine schwarze Müsse machen, weil das würde eher passen. Und das ist auf jeden Fall ein cooles Weihnachtsoutfit. Ich würde nur noch, ja, den Wangenkopf wieder kaufen. Aber die Müsse ist cool. Und das da finde ich mega nice. Also, das ist ein richtig geiles Outfit. Ich würde ja nur den Wangenkopf kaufen. Und das ist auch mega nice. Also, das passt von den Kopfhörern hiermit richtig gut. Ich würde noch eine, ähm, schwarze Hose, glaube ich, eher machen. Das würde dann eher hier zu passen. Aber, ja, das ist ja wirklich auch wieder ein mega nice Outfit. Auf jeden Fall richtig coole Outfits hast du auch. Und, ja, genau. Ich würde sagen, geben wir jetzt mal wieder die nächste ein. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Scheima 2087. Okay, das ist jetzt wieder ein Mädchen. Dann gucken wir mal. Also, hier ist auf jeden Fall ja eines Outfit. Das ist auf jeden Fall mega nice. Nur, ich würde noch irgendwas aus dem Kopf machen. Und eine Maske dann, glaube ich, eher kaufen zu dem Outfit. Dann hier. Das ist auch ein cooles Outfit. Äh, ja. Oh, das ist auch nice. Also, mega nice auf jeden Fall. Und das hier finde ich auch wieder richtig nice. Also, ja, genau. Du hast auf jeden Fall mega coole Skins. Uh, das hat, finde ich, auch ein richtig cooles Outfit. Hier diese Kopfhörer mit diesem Oberteil und so. Jetzt würde ich nur noch eine schwarze Hose kaufen. Oh, das da. Das finde ich auch richtig cool. Also, mega nice Outfits hast du auf jeden Fall. Und, ja, das da finde ich auch nice. Also, du hast auf jeden Fall richtig, richtig coole Outfits, finde ich. Und, ja, diese Haare finde ich auf jeden Fall auch richtig hübsch. Also, mega coole Outfits hast du. Und, ja, genau. So, dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder die nächste ein. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall. Delalo1234. Okay, hier ist sie auf jeden Fall. Dann schauen wir uns jetzt mal ihre Outfits an. Also, hier ist auf jeden Fall ihr erstes Outfit, was sie gerade anhat. Das finde ich auf jeden Fall mega schön. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Oder das da. Das finde ich auf jeden Fall auch wieder mega, mega nice. Also, sieht mega cool aus. Oder das da. Das hat sie auch gerade an. Ähm, das da finde ich auch wieder mega schön. Und das da, da finde ich die Mütze cool. Und, ja, genau. Auf jeden Fall hast du richtig schöne Outfits, finde ich. Also, ja, genau. Hier ist auch wieder ein schönes Outfit. Oder das da, das ist so schön grün. Würde ich noch irgendwas auf den Kopf machen. Oder das da. Das finde ich auch richtig hübsch. Also, ich würde nur noch dickere Beine machen. Oder, ja, genau. Ansonsten finde ich deine Outfits mega nice. Oder das da, das sind auch mega schöne Haare. Auf jeden Fall mega coole Outfits hast du. Und, ja, genau. Finde ich mega schön. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal direkt wieder die nächste ein. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall, ich bin unterstrich Franziska. Und, ja, genau. Dann gucken wir jetzt direkt mal, wie viele Outfits sie hat. Sie hat 38 Stück. Dann schauen wir mal. Ähm, ich würde vielleicht nur, also, dickere Beine machen. Andere Animationen. Und vielleicht nur diese dunklere Hautfarbe da. Das da finde ich auf jeden Fall auch wieder richtig schön. Ich finde auch noch eine andere Animation. Dickere Beine. Wangenkopf vielleicht auch noch. Aber ansonsten mega coole Outfits. Oder das da. Das finde ich auch wieder richtig nice. Mega, mega cool. Und, ja, hier fällt mir auf jeden Fall dieses Oberteil. Äh, ich würde einfach noch überall halt einfach eine andere Animation machen. Wangenkopf, glaube ich, kaufen. Dickere Beine. Und vielleicht noch manchmal irgendwas auf den Kopf, weil der ist meistens sehr, sehr leer. Aber auf jeden Fall finde ich, deine Outfits auf jeden Fall haben sich sehr verändert von dem Outfit hier. Auf jeden Fall zu deinem neuesten hier. Das ist auf jeden Fall mega schön. Äh, das Oberteil finde ich richtig hübsch. Also, ja, genau. Hier passt es auch voll gut. Hier so Smile und dann diese smilenden Gesichter. Also, mega, mega, mega nice. Und, ja, genau. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder die nächste ein. Jetzt heißt die nächste auf jeden Fall 24K unterstrich Lifers. Und, ja, genau. Dann schauen wir jetzt mal. Sie ist auf jeden Fall jetzt wieder ein Softie, sieht man hier auf jeden Fall. Und mal gucken. Sie sind auf jeden Fall 38 Outfits. Dann schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein mega, mega nice Outfit. Finde ich richtig hübsch. Oder das da. Das finde ich auch wieder richtig, richtig, richtig schön. Also, das ist ein mega schönes Outfit. Dann gucken wir weiter. Hier, also, du hast mega schöne Weihnachtsgräns. Uh, das finde ich richtig hübsch. Oder das da. Das ist auch mega schön. Also, das ist auf jeden Fall einen sehr hübschen Style, finde ich. Mega geile Outfits. Und das da finde ich auch wieder mega nice. Oha, diese Mütze mit diesem hier. Das sieht mega nice aus. Also, du hast auf jeden Fall auch wieder mega schöne Skins. Finde ich alle richtig hübsch. Hier auch wieder was mit Weihnachten. Mega, mega, mega nice. Also, du hast richtig coole Skins. Und, ja, genau. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt auch mal direkt wieder die letzte ein. So, okay. Jetzt heißt die letzte auf jeden Fall hier. Ähm, Henry Birthday Kids. So, dann schauen wir mal. Okay, ist das auf jeden Fall ein Junge, glaube ich. Dann gucken wir mal. Also, joa. Ich weiß nicht, was ich noch zu sagen soll. Den Style kenne ich nicht. Äh, ja, sieht mega cool aus. Oha, das da. Wie geht denn das? Okay, also, ich kann dazu jetzt nicht wirklich was sagen. Das hier finde ich cool. Also, ich frage mich, wie er das so macht hat, dass das so dick ist. Mit diesen Kugeln hier auch hinten. Also, auf jeden Fall hast du auch richtig coole Outfits, finde ich. Hier das da zum Beispiel auch. Finde ich mega nice. Äh, hier ist noch irgendwie so ein Pirat ist das, glaube ich, wegen der Mütze. Äh, ja. Hier noch irgendwie so ein Handwerker oder so. Hier ist doch irgendwas für Halloween. Mega cool. Ich würde einfach noch eine andere Hautfarbe, glaube ich, einfach machen. Aber, ja. Genau, auf jeden Fall. Ansonsten mega coole Outfits. Und, ja, genau. Ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich diesen Limo-Stand hier. Was ist das einfach? Hashtag Limo-Stand in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen. Dann bekommt ihr den. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag Cracket-Egg geschrieben. Und ja, gucken wir, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Saskia. Und ja, ich suche sie jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, auf jeden Fall hat sie geschrieben. Hashtag Cracket-Egg. Ich liebe deine Videos. TikTok-Trends nachstellen ist so cool. Ich sage jetzt erst mal Dankeschön. Jetzt schreibe ich, du hast das Cracket-Egg gewonnen. Wie ist dein User-Name? Okay, Leute, ich habe es jetzt geschrieben. Und ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020